Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Alan Wake's American Nightmare. Wir sind mal wieder beim Autokino, wir sind gefangen in einer Zeitschleife. Ja, und... ...6 oder 12, oder? Was denn jetzt? Versteh ich nicht so ganz. Äh, aber egal. Wir kommen hier ohne Antritt rein. Serena ist wahrscheinlich wieder aus ihrer Minderung, aber ich brauche diesen Schlüssel, damit ich die Kraft zurückbekommen kann. Wie kann ich mich nicht mehr so leichter in der Klappe nehmen? Du wieder? Na? Ich bin wirklich nur hier, um die Schlüssel zu bekommen, damit ich die Kraft zurückbekommen kann. Willst du mich unterhalten? Es ist okay. Ich weiß, dass du das magst. Ja, ich nehme die Schlüssel. Ich könnte... wie deine Schwester sein. Ein kleiner Schwester. Ich bin schon wieder auf der Klappe auf dem Hotel. Ich bin schon wieder auf der Klappe auf dem Hotel. Oder... Du kannst du dann die Schlüssel. Oder die Nachbeste sein. Ich bin schon wieder mit einer anderen, die nicht verrückt. Danke. Ich werde einfach wieder auf das Kraft zurückbekommen. Ich habe den Akzess-Kode in der Bühne bereits, also als die Power ist auf... Du solltest wirklich kommen sehen, wir können Spaß haben, du weißt. Wir werden sehen, wie es geht. Du solltest du dich unterhalten oder was. Probierst du dich ruhig. Ich will nicht ruhig ruhig sein. Ich will ruhig ruhig sein. Ich will ruhig ruhig mit dir. Ja, okay. Du kannst alles tun, was du willst. Du kannst meine... Lass uns nicht mehr gehen. Ich habe mir gehofft, dass du mehr erinnerst. Aber ich glaube, das war zu viel, um zu fragen. Ich glaube, wir sind ziemlich voll. Ich war über den Wetter, aber ich sehe, wir haben einen Telefon. Hey, du bist mit Eddie. Was ist denn? Hey, Eddie, es ist Ricky. Du sprachst über Faith vor. Du denkst über das viel? Nicht viel, ehrlich gesagt. Aber ich denke, du bist. Oh, ja. Oh, ja. Any conclusions du willst, Ricky? Well, wir haben Free Will, richtig? Das ist in der Bibel und alles. Ja, richtig. So Free Will, richtig? Am ich richtig? Ich meine, wenn wir tun, was wir wollen, wie kann es sein werden? Ich meine, wir wissen, was wird passieren? Also, es ist kein Faith. Es ist nur Leute, die Dinge zu tun. Was ist das? Well, ich weiß nicht, Ricky. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass Sie die Möglichkeit haben, dass wir alle hier in der Service einer greater Herbnis sind. Incomprinzipiell zu uns. Und dass was wir für Freiheit in Night Springs um um Cosmic Chessboard limited in scope subject to the whims of unseen players existing only for their entertainment or perhaps we're just a twit reflection of actual events that can happen elsewhere could it be that such is life in Night Springs? Strange? Ähm, Dude, What? Who had we thought, Ricky? Who had we thought? Das war seltsam. Bisher waren die Radioübertragungen ja noch recht normal. Die war jetzt wirklich seltsam. Are you getting it yet, genius? Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder zu diesem Umspannwerk dahinten. Die abgesägte Schruttflinte haben wir ja schon. Der Delta. Das ist mir beim erstmal hier gar nicht aufgefallen ist. Ist ein Delta. Das selbe Auto das Ash fährt aus Isideth. Ja, der möchte nicht, dass wir dahin gehen und den Strom wieder anschalten. Der möchte das ganz und gar nicht. So. Ich will uns über Alice reden. Vor allem, dass sie sich ganz schön zerten bet bekommen. Entschuldigen Sie das? Wie gut ist es? Wie gut ist es? Wirkliche. 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 Kannst du sie uh? Wirkliche. Ich werde sie mit meinem Leben sehen. Keine Worte. Ich werde sie nicht wie die anderen tun. Sie ist special. Wenn ich sie mit ihr wäre, sie würde sein. Ich bin seit einem Zeit lang. Ich bin so talentue. Du hast nicht gesehen, die neue Arbeit, natürlich. Es nimmt meine breath weg. Wirklich, sie ist das gut. Oh! Did you know that I've got a wedding ring, too? We're that similar. She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God! You're alive! I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or... Maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. You're gonna be... ... ... ... ... ... ... ... Deine Frau... ...like a little hamster in a wheel. Go ahead and keep running for all the good it'll do you. Ich muss sagen, das Spiel ist einfacher als Alan Wake 1. Oder ich bin einfach sehr viel besser geworden. Durch meine Alan Wake 1 Erfahrung. ... Noch keine Spinnen, ja. Die waren das gleich. Nur der mittlere. Okay. Weiche! Weiche! Ah! Ich bin mir doch mal von Viechern. Hey! Hör auf! Das ist lang. Das ist lang. Okay, jetzt ist das Licht dran. Wenn du sterben, verlierst du. Wenn du quitst, verlierst du. Wenn du es zum Ende des Lebens, verlierst du trotzdem. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Also verliere ich in jedem Fall. Das ist ja keine gute Aussicht. Immer wieder schön, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Ich bin mir sogar wieder. Oh, nein. Hö, ha, 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 ha. Das ist ja, passiert. Jetzt ist die, wenn du kommst. Das ist ja, blöchstach. Ah was? Oh, ah! Ah, ja ja. Und einer noch. Mal gucken, ob meine Pump Shotgun dafür ausreicht, oder ob ich nur auf die abgesegte. Okay, also Munition gibt hier ja wirklich mehr als Punkt. Kann man sich nicht beschweren. Okay. 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 So. Der Sommer war fast rüber. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film-Noir-Stil und ein Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher rot aufleuchten. Okay. So. Welche Wand, welches Poster? Das da wahrscheinlich, ne? Tom the Poet ist nicht das richtige? Oh, geil. Gift of Thorns. Alex Casey. Okay. So. 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 You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Das war's für heute. Ja, die gleiche Procedure als jeden Tag. Oh, doch nicht. Der ist neu. Der hat ganz schön was ausgehalten. Ich bin ein Abelieb. Genau auf Cue, riechend auf die Überschrift von unvergültigen Töten. Die Schmerzen kommen. Die emergenden Monster erwartet nicht die heiße Rezeption, die bereits für sie vorbereitet wurde. Die gute Emma hat das schon alles vorbereitet wahrscheinlich. Die gute Emma hat das schon. Wie können wir uns auch noch die Radiosendung anhören? Nächste Zeit, save Emma. Ach so, einmal schon. Okay. 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 Let me make the world go around. No doubt about it. Okay. Okay. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And Wither is one of the filmmakers. Somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Now, Alice. I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah. We move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, um, well... He's... he's dead. Uh, I thought he was missing. It's been two years. I... This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise he would have... well, you know... Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil, Derek. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. Are you okay? What do you think? I died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was going to be okay. I don't know what happened. Well, it's not your fault. I think one of those... what did you call them? The Takers? I think they did something to the power and they got me that way. Sorry. I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. So Emma. Okay, ich glaube nicht, dass sie jetzt zur Macht kommen können. Danke, das ist ein Relief. Ähm, hier sind die Schläge, die du brauchst. Danke. Hey, ich muss dir sagen, am Diner? Ich ging da mit ihm, der Typ, der wie du. Okay? Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich das nicht. Ja, ich habe gedacht. Willst du darüber sprechen, was im Diner passiert? Da war dieser Mann aus dem Observatoren, und er hat einfach den pooren Mann. Er hat seine Gesichter in den Tabletop ein paar Mal. Es war schrecklich. Ich... ich wusste nicht, dass er das tun würde. Ich versuchte, und ich rief. Ich habe ihn dort gehalten. Ich habe nicht sogar versucht, zu helfen. Es gab nichts, was du getan hast. Es ist nicht deine Schuld. Er ist tot in der Motel, also entschuldige mich, wenn ich mich ziemlich schuldig darüber fühle. Du solltest dich nicht schuldig. Du solltest dich nicht schuldig. Ich wollte einfach nicht schuldig sein. Ich habe diese Tendenz, um einfach... ...drehen alles und zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich eine schlechte Person, aber ich... ...ich habe ich nicht sogar den Dörfer. Ich bin so dumm. Wenn du den Dörfer hast, dann hätten wir die Dörfer. Er ist nicht Mensch. Entschuldigst du? Das ist nicht deine Schuld. Aber ich hätte versucht, ihn zu retten. Ich bin so dumm. Ich glaube nicht. Wenn du so dumm. Du solltest dich sterben. Du solltest dich ein bisschen besser machen. Ja. Ich glaube, dass es einfach einfacher ist, als ich das Ding aus meinem Kopf habe. Ich fühle mich einfach so dumm. Ich bin so dumm. Es ist einfach so dumm. Ich habe mich nicht auf die Begründung gewonnen. Ich habe einfach sehr gefangen. Ich habe ihn mit ihm gewonnen. Er war smart, charmant und lustig. Und heiß. Wie du kannst, ich glaube. Ich glaube. Was ist das Problem mit diesem Mann? Er sieht wie du. Er benutzt deine Namen. Warum macht er diese Dinge? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Vielleicht ist er nur schweig oder in meinem Schmerz. Er macht viele Dinge, die ich sehr schwer versuche. Dinge, die meine Leben verletzten. Ich glaube, dass alle diese Verlust nicht helfen. Ja. Ich könnte es ohne die Verlust und den Ende des Welt. Ich muss gehen. Ja, gehen. Ich glaube, ich bin gut. Ich hoffe. Gut. Wenn alles gut geht, vielleicht ist das letzte Mal, dass wir uns so treffen. Gott. Das wäre toll. Mein Schmerz soll, wo es nachher war. Ich bin mit dem Böden. Er war mir nicht. Ich bin nur die Ömer, was aber nicht. Ich habe mich Orage�. Das istите. Kann ich das W cooper. Ich habe dich mit dem tiret. Ich habe mich bei den Queenden. Gehr war die Aufmerksamkeit. . Yet, for a moment, the Champion of Light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Returning to the Observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Alles klar, und an dieser Stelle machen wir dann wieder weiter. I've already taken care of the imaging arrays, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up.